Die Rat hat zwei große Faktoren. Das ist einmal der Zinsanteil, also der Zinssatz auf die Ursprungssumme und eine Tilgung. Wir empfehlen aktuell bei dem Zinsumfeld eine zweiprozentige Tilgung, damit am Ende der Zinsbindungsfrist oder Zinsbindungsdauer hier auch die Restschuld nicht ganz so hoch ist, um späteren Zinserhöhungen ein bisschen vorwegzugreifen und zu sagen, wir haben das auf gesündere Füße gestellt und können da entsprechend reagieren. Der Tilgungsanteil, also die zwei Prozent Tilgung, beziehen sich immer auf die Ursprungssumme. Das heißt, mit jeder monatlichen Rate wird dann der Tilgungsanteil auch entsprechend höher und der Zinsanteil sinkt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020